KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Wie bereits berichtet, kam es heute am 8. Dezember 2023 zu einem Feuerwehreinsatz an der Wittelsbach-Grundschule in Ludwig-Sachnam-Rhein. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der in Brand geratene Unrat schnell gelöscht werden. Kinder, die sich zum Brandausbruch noch im Gebäude befanden, wurden von der Polizei evakuiert. Zu Personenschaden kam es nicht. Zur Brandursache ebenso wie zur Sachschadenshöhe können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Dies sind Gegenstände der polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr und der Polizei Rettungsdienste und Notärzte. Sobald es eventuell noch relevante Ermittlungsergebnisse zu dem Brand gibt, wird Metropolregion Renneka News nachberichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017